3, 2, 1, 1, 2, 1. Das ist gut. Oder Gumento. Der Zweigali war doch gegen Passu. Und der Heberli lacht nicht an. Oder Hakan, ja. Der ist etwa der beste Spieler von Eiben. Mhm. Der ist immer gut. Cool, ja. Ist das sehr Drakk? Ja, es ist. Ja. Ist das Drakk? Wenn wir nach Fragen von oben. Ja. Wie bist du? Ja. Wie bist du? Komm, wir gehen beide zusammen. Entschuldigung. Wir haben ja schon gefragt, ob wir ein Autogramm haben könnten. Ja, sicher. Merci. Ich habe noch eine Frage. Was war euer schönste Erlebnis im Fussball? Das schönste Erlebnis ist sicher mit der Nationalmannschaft. Wir haben jetzt die Weltmeisterschaft gespielt. Fussball gibt es fast nichts Schöneres, wenn man an so einem grossen Turnier mitmachen kann. Danke. Nein, das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Hey, komm doch, komm schooten. Jetzt zeig ich dir mich, was ich so drauf habe. Dann werden wir das alle sehen. Okay. 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 Du weißt ja, was vor dir bleibt. Okay. Die müssen wir da führen, wich nicht? Ja, 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 ja. So ist gut, jetzt zeige ich euch mal, was meine Spezialität ist. Dann fixiere ich eigentlich meistens den Goal. Dann versuche ich meistens, wenn du schiessst, und du ziehst auf den Goal, dann geht es 1-2 Meter auf die andere Seite, das heisst, das ist dann die Lücke, die meistens der Ball kommt. Das versuche ich immer. Ja, ja, ist gut. Sehr gut. Ja, du bist nicht schlecht. Damit ich bei Nachwuchs das Beste zeigen kann, braucht es die besten Bedingungen. Auch wir träumen davon, unter besseren Bedingungen unser Beste zeigen zu können. 1 A und diamonds 7, 2, 6, 7 ... banco Dr